Hallo, willkommen im nächsten Lindy Hop Snack. In diesem Video werden wir unsere Basic Swing Bewegung und den Basic Swing Grundschritten viel mehr Tiefe, Dimension und Variabilität verleihen. Wir werden zuerst die Grundlagen der Schwingung besprechen und dann aufgrund von dem das Verändern bzw. den Charakter von dieser Bewegung einmal anpassen, bestenfalls inspiriert natürlich durch die Musik. Wir schauen uns an, wo wir etwas betonen können, wo wir etwas in unserer Grundbewegung verändern, anpassen können, individualisieren können. Auf diesem Kanal teilen wir ganz viele Tipps in vielen Social Dance Richtungen. Salsa, Swing, Tango, Ballroom, you name it, wir unterrichten es. Falls du neugierig auf mehr Tipps bist, dann abonniere den Kanal, falls du das bis jetzt noch nicht getan hast. Wir gehen weiter mit unserem Tipp. Los geht's! Grundsätzlich ist die Säule von unserem Swing Tanzen, fast egal in welche Richtung vom Swing Tanzen, ist diese Bounce bzw. das Pulsen des Körpers, die natürlich aus unserem Oberkörper entsteht, sprich ganz genau genommen im Solar Plexus. Das heißt, von dort versuchen wir unseren Körper einmal gleichmäßig auf und ab zu schwingen. So weit, so gut. Diese Schwingung ist idealerweise am Anfang einmal gleichmäßig und kontinuierlich, um sie danach mit der Zeit vielleicht zu verändern und den Offbeat mehr zu betonen. Das heißt, noch einmal, zuerst haben wir dann gleichmäßig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es ist immer gleich. In weiterer Phase können wir dann die Offbeats 2, 4, 6, 8 etwas mehr betonen. Dann wäre das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Das ist der berühmte Offbeat im Swing. Und das gibt uns etwas mehr Groove, etwas mehr Swag, was auch immer das bedeutet. Das ist einmal unsere Grundlage, mit der wir beginnen. Grundlage Nummer 2, wenn man so will, ist ein ganz normaler Front-to-Back-Basic im Triple-Step. Der schaut so aus. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Ja? Das heißt, wir haben diese Triple-Steps und Rock-Steps, rückwärts und vorwärts. Und wir versuchen jetzt einmal als Baseline, alle diese Schritte in einem gleichen Modus zu tanzen. Unabhängig, ob das jetzt Rock-Step oder Triple-Step ist. Das heißt dann, wir haben immer das Gleiche hier oben, aber unten natürlich, die Schritte verändern sich. Das heißt, wenn ich jetzt nur meine Schwingung jetzt einmal artikulieren würde, würde es dann ungefähr so sein. Das heißt, so wie Baseline, haben wir auch hier unsere eigene Körper-Baseline, wenn man so will. Gut, haben wir einmal diese Grundlage etabliert und das in unserem Körper inhaliert, dann können wir uns da besondere Momente rauspicken, wo wir das verändern bzw. betonen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel die 1 oder die 5 betonen. Ich zeige es dir jetzt einmal vor. 5, 6, 7, 8, 1, 3 und 4, 5, 7 und 8, 1, 3 und 4, 5, 7 und 8. Betonen heißt, dass wir natürlich da einen sogenannten Break tanzen, sprich tief gehen und mehr in die Hocke. Aber es ist in diesem Fall vielleicht wichtiger, was nicht passiert. Es passiert nicht ein konstanter Schwung in erster Linie und ganz genau, wenn ich Betonung auf 5 mache, es passiert dann nicht noch einmal Schwung auf 6. Das heißt, normalerweise haben wir 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und diesen Puls auf 6 gibt es nicht mehr in diesem Fall, wenn wir die 5 betonen. Das heißt, noch einmal, 1, 2, 3 und 4, 5, nix, 7 und 8. Was passiert auf 6 ist 5, 6, nur eine Gewichtsverlagerung, aber kein 5, 6, nicht zusätzliche Bounce. Damit haben wir die 5 betont. Gut, jetzt machen wir das, wenn wir das auf die 1 machen, sprich bei dem ersten Schritt vom Rockstep. 1, nix, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, Gewichtsverlagerung, 3 und 4, 5, 6. Natürlich kann man dann beide betonen. 1, 3 und 4, 5, 7 und 8. 1, 3 und 4, 5, 7 und 8. Denn ganz oft wird im Swing auf Onbeat etwas passieren. Eine Betonung, ein Hit. Und das kann man auf diese Weise sehr einfach interpretieren, ohne dass wir jetzt sehr viel an unserem Tanzen ändern müssen. Jetzt kommt die Frage, alle Fragen, kann man das führen? Ja. Und vielleicht noch wichtigere und bessere Frage ist, eigentlich muss man das führen? Und ich sage, nein, wenn ich jetzt meine Partnerin hätte, was ich jetzt heute nicht habe, aber sie könnte ganz normal dieses Front to Back tanzen und 5, 6, 7 und 8. Und ich könnte unabhängig von ihr 5, 7 und 8 einmal nur für mich das betonen, ohne sie dabei zu stören. Wenn ich das aber führen will, ist es ratsam, vor Änderung einer Grundschwingung, die Connection etwas zu intensivieren, sage ich jetzt einmal. Sprich, nicht sie heranholen oder so, sondern ich intensiviere die Connection innerhalb meines Körpers. Das merkt der Follower normalerweise. Und dementsprechend wird er oder sie mich viel eher spiegeln und der Änderung meiner Bewegung und des Charakters meiner Bewegung auch folgen. Jetzt haben wir Betonung gemacht auf 1 und auf 5, sprich während der Rock Steps. Das Ganze kann man auch statt den Triple Steps oder während der Zeit, wo wir die Triple Steps machen, auch gestalten. Sprich dann, wenn wir normal haben Front to Back, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt kann man während des Triple Steps einmal einen, ich nenne das Quarter Pipe oder einen Taucher, wir gehen einfach runter und rauf. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Was hier passiert ist, dass wir trotzdem diese Fortbewegung, die wir während der Triple Steps haben, weiterhin gestalten. Das Einzige, was sich verändert, ist unser Bounce bzw. der Puls, der nicht mehr so stattfindet, sondern es geht so eine Kurve nach unten. Das heißt, anstatt 1, 2, 3 und 4 tanzen wir 1, 2, wir gehen runter und rauf. Und wie im vorigen Fall, ich kann das führen, wenn ich will, mit dem gleichen Konzept, indem ich die Connection etwas mehr intensiviere und sie etwas mehr mitnehme. Oder eben mache ich das einfach unabhängig von ihr, je nachdem, wie ich von der Musik inspiriert wurde in dem Moment. Dementsprechend, klare Weise ist das gleiche beim anderen Triple Steps, sprich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein extrem praktisches Tool, das sich dauernd und bei jedem Lied und bei jeder Partnerin in gewissem Maß verwendet. Denn es individualisiert den Tanz, es bietet uns sehr viele Möglichkeiten, die Musik eventuell zu interpretieren. Und auch immer wieder mit Basic-Elementen kann man trotzdem diese Elemente individualisieren und etwas anders gestalten, als immer nur das Gleiche zu tanzen. Probier mal die Musik zu hören und probier mal diese Betonungen einmal herauszuhören. Und lass dich einmal davon inspirieren und probier dann zum Beispiel nur mit diesem Front-to-Back einmal ein Musikstück zu hören und dann einfach die Momente, die dir einfach im Ohr etwas präsenter sind als die anderen, zu betonen und zu schauen, wie es dir dabei geht. Ganz wichtiger Hinweis. Diese Sachen sollte man zuerst alleine schaffen und alleine gut üben und beherrschen. Denn wenn du das alleine nicht schaffst, wie solltest du das mit Partner oder Partnerin machen? Das heißt, zuerst einmal selber probieren, experimentieren, schauen, welche Momente dir, deinem Körper, deiner Bewegung am besten zusagen und das dann auf der Tanzfläche mit Partner oder Partnerin probieren. Ich hoffe, dass dein Swing durch diesen Tipp eine Dimension mehr genießen kann und dass du etwas mehr Tiefe bekommst und dass deine Improvisations-Skills dadurch gefördert werden. Wenn dir der Tipp geholfen hat, wie immer freue ich mich über ein Like bzw. Share bzw. ein Kommentar, wie das auf der Tanzfläche geklappt hat und ob du damit etwas anfangen konntest. Wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos oder noch besser irgendwo auf der Tanzfläche. Ciao, ciao, bis bald!